Woche rum, Wegflash. Los geht's! Mit einem Award für Outstanding Website wird man noch gern für seine Arbeit belohnt. Export freut sich. Ölgrafik on Tour. Diesmal ging es nach Merseburg. Was sie da gemacht haben, wir sind gespannt. Hoch hinaus zum Elfjährigen. Avanga gönnt sich zum Geburtstag eine Ballonfahrt. Und das gab es auf Sputnikar. Move Elevator war dieses Jahr erstmals mit einem Typo 3 Stand bei der D-Maxo unterwegs. Was die Besucher zu sehen bekamen, das verrät Move Elevator bei uns. Diese Hashtags hatten wir diese Woche für euch. D-Maxo, Digitalisierung und Digital Detox. Und das war's bis nächste Woche. Tschüss!